Die Primär-A-Division 1933-34 war die 6. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 5. November 1933 und endete am 4. März 1934. Vor der Saison, als Titelverteidiger, ging der zweimalige Meister Madrid FC ins Rennen. Letztjähriger Wiesemeister wurde Athletic Bilbao. Aufgestiegen aus der Sekunder-Division ist Oviedo FC. Abschlusstabelle. Legende nach der Saison. Erste Athletic Bilbao-Meister. Absteiger in die Sekunder-Division keine, da die Liga auf 12 Vereine aufgestockt wurde. Aufsteiger in die Primär-Division FC Sevilla. Atletico Madrid. Pichichi Trophäe. Die Pichichi Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben. Die Meistermannschaft von Athletic Bilbao.